Wieder mal den Tag gerettet. Mehr oder weniger. Ich müsste das noch nicht immer so spannend machen. Darauf erst mal einen Schluck Wasser. Ja. Mein armes Herz. Zu viel Action. Vor allem, wenn Mr. Xyren da sich immer ins Wasser legen muss. Wer hat hier die Tür geöffnet? Was für eine Tür? Ich bin doch am Laden. Komm, ich heil dich. Oh, danke schön. So, ich bin da. So, Xyren hat... Was? Wieso steht er da hinten? Ui, Waffen. AK, für mich bitte. Munition und... Hm. Ich hätte gerne eine Melee-Waffe. Oh ja, hier ist das TS-Messer. Na toll. Auf jeden Fall Jockey und... Boomer da oben. Scrap Cakes. Hörner, nur. Wer klingelt denn jetzt? Hier. Egal, keine Zeit. Wir müssen Zombies töten. Immer auf den Schnitt schießen. Wow. Ah ja, jetzt muss es ja aufs Haus hoch. Wow, ich glaube, da waren Splitter. Mhm. Oh, oh, Jockey, Jockey. Okay. Kriegt ihr das da hinten gebacken? Oh ja. Ich hoffe drauf. Ich schätze mal, Mr. Xyren hat wieder Mikroprobleme und er ist einfach nur zu cool, um mit uns zu reden. Ja, es wird wohl ersteres sein. Hätt mich auch gewundert. Nun, komm erst mal mit. Du hast vielleicht im nächsten Safe-Room oder wenn wir verkacken, die Zeit ist vielleicht kurz zu korrigieren. So, was liegt hier? Noch ein Messer. Toll. Ah, Pings, gehen da jetzt. Ja. Sag sowas bloß nicht. Ja, stimmt. Er ist schnell im gelben Bereich. Uh, uh, uh. Oh, Chatter! Hanu, er geht aufs Auto. Er geht aufs Auto. Er kommt zu mir. Er will mich boxen. Ich bin... ...down. Auf mir ist ein Hunter. Ich bin tot. Auf mir ist der Hunter jetzt. Au, wieso bin ich auch schon down? Was für ein Killer. Los, Siren, du musst uns retten. Äh, Smoker. Wo ist er? Oh, Mr. Wobble ist da. Er ist tot. Da ist der Smoker. Weg ist der Smoker. So, ich hab keinen Defibrillator. Du musst also... ...tot bleiben. Ja, ich chill hier einfach zwischen den Leichen. Da ich die zensierte Version hab, sind da null Leichen. Oh. Ich hab's halt über Steam pre-ordert. Da blieb mir keine andere Ware. Ich hab's sogar noch pre-ordert, bevor, äh, Feststand, das zensiert wird. Und jetzt der Sprung ist... ...gelungen. Nicht anfassen. So, hier mit meinem Messer. Ah, ich schnitt die neueste 2. Oh, Jockey. Ah, okay, ist tot. War Charger. Oh, Mr. Wobble. Jetzt so weg. Boah. Wieso bin ich auf einmal so langsam? Ich hab doch gar keinen Schaden bekommen. Kann ich nicht hochklettern? Ich heil mich erst mal. Hier ist Munition in dieser Kiste. Das ist kein Kiste, das ist ein Auto. Naja. Es ist vier-eckig. Eine Seite ist offen. Kann auch eine Kiste sein. Wo, um meine Kiste handeln. Ach, verdammt. Hier kann man nicht runter. So, ich will auch klettern. Wieso geht das nicht? Jawoll. So, ich guck hinten. Da ist nix. Mein Bereich ist... Oh, doch, da. Messer rausrollen. Oh, da liegt ja ein Granatwerfer. Oha, da gibt's die Party halt. Oh, der Charger ist sogar oben. So, ich bin jetzt dank dem Charger und... Hallo? Da ist ein Boomer. Oh, fuck. Ich hab mich nicht erwischt. Oh, da steht einer auf mir. Oh, da steht einer auf mir. Oh, wieder. Aua. Der schon wieder. Ups. Tja, ich komm hier leider nicht weg. Ich auch nicht. Und jetzt liege ich. Er lebt hier immer noch an der Seite. Na, endlich. Oh, cool. Ich bin hier noch am neben. Wow, ist hier irgendwo. Uah. Aua, uah. So, jetzt die große Probe. Boah. Uhu, ich hab's überstanden. Krampf oder was? Ja, kein Wunder. So, oh. Ach ja, hier geht's ja längs. Ob die grandiose Bulletinime noch drin ist? Da schwebt ein Zombie. Wo? Wo? Einiges Fehler. Ah, bei mir auch. Nein. Auf der Treppe chillt übrigens ein Charger. Na, klasse. Warte mal, Treppe, meinst du nicht Leiter? Ja, guck da mal genau runter und da unten ist so ein Charger. Jetzt kommt er hoch. Ah, sein Problem. So, ich geh als erster, weil ich dann gleich liege. Wenn irgendwas ist. Weil er ist tot. Oh, da kommt ein Jockey. Ich bin schon die ganze Zeit tot. Ihr seid zu dritt unterwegs. Oh, ich hab jetzt nicht aufgepasst. Ich war gerade abgelenkt. Hilfe! Hilfe! Zu Hilfe! Du hast ein Bier fallen lassen. Oh, ich bin schon grau. Oh ja, jetzt geht's zurück und lebt mich wieder. Was halte ich für eine...